So, hier ist auch nix Natürlich ne fette Mantis-Königin und ein Dura-Bull-Schützer Nachtigall-Schützer und bla 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 Oh Alter Alter, alter, alter Ja, aber irgendwie wird Plasma doch besser als du Oh Gott Ist das Phil jetzt tot? Tatsächlich Was ist mit mir los? Hm Ähm, ja Alter Wie viele Schnellreise-Dinger gibt's denn da? Ok, Schnellreise Hätte ich schon mal gesagt Na Better than nature Ich bin mal gespannt wann es so richtig in die Folgen geht Ich glaub ich krieg Schnupfen ey So, mal schauen was er erzählt Willkommen zurück Äh, ich hab in Box Datenmodule gefunden Mal schauen Diese sind alt Sie sehen wie Korresponden zwischen den Piraten Einige hier, einige dort Einige... Warte Dieser... Dieser hat den Amberheids-Gate-Code auf dem Genau wie das, was ich vorher gefunden habe Und hier ist... ...ein Buch Warte, das ist von Graham Oh, von all den... Kapitän Er hat ihnen die Gate-Code Und ihre Familien Und all die geholfen Hilfe? Ich weiß, dass er seine Kopf in den Wolken hat Aber... Ich glaubte immer, dass es ein Kurs von Gut gab Was ist denn da passiert, um zu leben und zu leben? Liv... Danke, dass du das zurückbringst Aber ich brauche ein bisschen Zeit Ich muss nachdenken Ich werde dir wissen, ob ich etwas herausfinden werde 12 Stunden Die haben noch nicht geschlafen im Spiel, ne? Geh' einen Weg, Kapitän Ich find' dich, wenn meine Kopfhörer Okay, 24 Stunden Nicht direkt Geh' einen Weg, Kapitän Ich find' dich, wenn meine Kopfhörer ist Nochmal Jetzt ist die Frage, ob das Ingame-Stunden sein müssen, ne? Was ich jetzt rumlatsch Geh' einen Weg, Kapitän Ich find' dich, wenn meine Kopfhörer ist Wurfbeikarte Matthew Singh Einmal noch Einmal noch Geh' einen Weg Geh' einen Weg Tagebuch Aufgabe Sprat-König Im höchsten Sprat-Kurier Alles okay Schrotz am All Achso Achso, oh Ja, gut Ja, gut Ja, gut Dann war jetzt die ganze Laderei eigentlich komplett umsonst Ja, gut Wir hätten sowieso mal hinken müssen, aber Ja Die Unriable-Innen Achso, okay Geh' mal halt da hin Schau' mal jetzt, dass wir mal die Hauptquest weitermachen Ja, wie will die mich eigentlich erreichen? Schickt die mir eine Nachricht oder so? Aber hab' ich's nicht gesagt? Wegen sowas muss ich mir jetzt Ähm Ich weiß nicht, ob man's hören kann Ich klopf mir grad auf die Schulter Extra laut, damit ihr das auch hört Oder ihr hört's gar nicht und ich Komm mir grad voll bescheuert vor Ähm Dass ich wusste, dass der Graham bestimmt was damit zu tun hat Verdammter Kiffer Ah, super Grafik, ja Ah, super Grafik, ja Ah, ich dachte, ich kann da durchlatschen Hilfe! Jemand hat getötet Wo denn? Ich denke, ich werde krank sein Äh, alles in Ordnung? Nein Nein Ich habe nur in einem totes Blut Und ich denke, dass einer der Flüge auf meine Mache Wenn du in die Apartment gehst, Geh' nicht in die dritte, auf der rechts Das ist, wo die Körper ist Jetzt, wenn du mich entschuldigst Ich muss nachdenken, Ich muss nachdenken, einen heißen Schlauch Und links? Was ist das da? Oh, mein Gott Oh, sorry Sorry Just spiel mich Das war alles Nicht viel, was ich für diesen Mann tun kann Opfer Könnt ich die Sachen mitnehmen? Ah, verdammt Oh, verdammt Warte mal, da liegt was. Diese Wettbelege dokumentieren einige sehr optimistische Wetten für ein Team namens Mostly Colonists. Er wurde von Left 4 Tossball Betting und ausgestellt. Tagebuch. Waffen aus der endlosen Leere, Ratten aus Edelstall. Auf seinem Wettbeleg von Left 4 Tossball gefunden. Muss ich jetzt immer noch dieses Apartment durchsuchen? Scheinbar. Ah, Tasche. In diesem Koffer wurden mehrere Zerl um der Satze Kleidung alle von gleichem Farbe und gleichem Schnitt gestopft. Hinweisen. Okay, habe ich. Left 4 Tossball Betting. Ich weiß, wir wollten die Hauptquest weitermachen, aber jetzt sind wir, wenn wir schon dabei sind. Jetzt warten wir also die Alte, ne? Wo war denn das Lager jetzt? Okay, scheinbar nicht hier. Ah, da. Ja, Krim. Fix the Griff. Hä? Schwere Munition. Toxifree. Antibiotika-Creme. Stimulation. Olli-Olli Toxifree. Hä? Das ist doch. Kaffee und Neut. Hab schon, danke. Warte mal. Da hinter. Das da? Oh, du bist der neue Face. Wow. Du musst auf all die latesten Tossball-Games sein. So, wer du folgst? Also, wer folgst du? Warte, sag mir nicht. Du siehst wie ein Hammersmith-Thunder-Fan. Nein. Glacial H-Mammets. Ich spiele für Aunt Chloe's Darlings. Erkennst du mich denn nicht? Äh, ich bin nicht hier, um über Teams zu quatschen. Das ist ein Scham. Tossball ist nur die einzige gute Nachricht, die wir hierher kommen. Wenn unsere Frequenz nicht zu verabschiedet ist, irgendwie. Also, was kann ich für dich tun? Äh, ich habe diesen Wettschein in der Wohnung eines toten Mannes gefunden, was mit ihm beschehen sein könnte. Pohre Isaac. Ich wusste mich, warum ich ihn in ein paar Tagen nicht gesehen habe. Ich würde wirklich helfen. Isaac war ein süßes Freund. Auch wenn er schreckliche Tee hatte. Genau. Also, das Problem mit Isaac ist, dass er nicht wusste, wo zu stoppen. Er hat etwas getrunken, und er konnte es einfach nicht gehen lassen. Wem hat er Geld geschuldet? Wem hat er Geld geschuldet? Ich weiß nicht sicher, aber ich sah Elijah und seine Freunde, die Isaacs umgekehrt. Sie sind Hooligans von Fallbrook. Sie schießen in die Stadt, schießen die Zutaten hinter dem Schraub und spenden den Rest ihrer Tag, um die Räume über Tossball-Games zu spüren. Sie leuten meistens in der Alli, hinter dem Klub. Sie sind nicht mehr in der Bar. Ich wüsste dir nichts, dass Isaac mit einem von ihnen Probleme Probleme mit einer von ihnen. Herr Sanjar wird sehr froh, dass es darüber zu hören wird, wenn du fertig bist. Ich weiß, dass er mit den Fallbrook-Bullys getrunken wird, aber es ist nicht viel, was er tun kann. Hey, 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 was kann ich... Ja, du sagst uns das Problem, die Übertragung eines von Wurfballspielen zu empfangen. Graham hat immer die Luftwaffe mit dieser Propaganda gefüllt, wie es ihm gut gemacht hat. Alles, was es bedeutet, ist, dass die Tossball-Games uns in Fragments zu bekommen. Das macht ihn wirklich schwer, zu sehen. Es schmeckt wie ein Raft in hier. Aber es ist gut, es passt jetzt direkt zusammen, ne? Ich muss da eh hin. Shit, wo waren die Alte eigentlich, ne? Mist, 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 Mist. Wo konnte ich nochmal raus? Da oder da? Ah, ich muss da eh hin, ne? Warte mal, da lang. Wer bist du? Bewohner. War die Alte nicht hier? Oh, shit. Oh, Kapitän, du hast es geschafft. Mein kleiner Junge ist zurück, sicherlich und kundig. Kapitän, wie wir uns dankbar sind, Tuck-Tuck. Mama, ich habe dir gesagt, dass ich nicht bleibe. Ich habe gerade zurück, um zu sprechen, um, warum ich bin. Dann bin ich in Amber Heights zurück. Oh, wir werden diese Schwierigkeiten getrunken. Du bist hier mit mir sicher und das ist, wie es bleiben wird. Ist das nicht wahr? Was für ein saueres Ding zu sagen. Mein kleiner Junge wird immer mich brauchen. Ich bin seine Mutter, du weißt. Mama, was ich brauchen, ist, dass du dich auf das, was ich für einmal zu hören möchte. Aber das ist zwischen uns. Now, you promised the Captain a reward, so settle up. Then you and me are gonna have a long talk. Here, kind stranger. This is everything I've scrimped and scraped for years to save. Yeah, das schaut irgendwie aus, wie wenn die da eher zurückbleiben. Äh, warte mal, die hängen hier hinten rum, ne? Sebastian Adams? Hallo, Stranger. Kann ich dich interessieren, in der Raptor-Dontung? Du siehst wie ein Mann, der ein bisschen frische Tierparte sucht. Wer bist du? Das ist nicht dein Alley. Hey, was machst du hier? Das ist unser secret Alley. Ich weiß, dass du Isaac gemordet hast. Angreifen, falsche Antwort. Einschüchtern, 55. Ich habe gespeichert, ne? Sehr blöd gelaufen, bitch. Oh, Haufen Boni. Okay. So. Bertha hat nix. Fläger hat nix. Bitmodul, leichte Munition. Hä? Nachdem du dich jetzt um Elijah gekümmert hast, trifft dich mit dem MSC Hauptquartier. Na gut, dann gehen wir halt endlich mal ins Hauptquartier. Okay. 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 So. New business turns up at last. Celia, didn't I tell you our new statistics based advertising model would be a hit? That you did, sir. How can yield improvements of 26.7% not quicken the pulse? How can 32% cost savings not hoisten the loins? You've often posed these very questions. Clear my schedule. This newcomer has a meeting with me. Hä? Nein, du hast ein meeting mit mir. Äh. Nein, du hast ein meeting mit mir. You'd be a hit in Byzantium. Did you hear that power play, Celia? Don't make them like this anymore in Halcyon. I only hope you don't judge me by my handshake. Now, what business brings you here? Ah, bitte. Ich hab mich selbst geschickt. Ich geh dorthin, wo es mir beliebt. Ich suche eigentlich nur noch einen Informationshändler. Hiram? Why, he's probably still out at Devil's Peak. Not that he's had the courtesy to notify me. At any rate. But, if you're here for him, I suppose that means you aren't here for Saltuna. Oh, shame. I'd been saving a bottle of iceberg aged whiskey for an occasion like this. Seems like you're having a rough time, Mr. Sanjar. Are you doing quite alright? Oh, don't worry on my account. This is merely the latest in a long line of professional erotic and athletic disappointments. I had hoped that livening up our advertising with enticing figures would draw the other corporations back to our bosom. But, it seems we're back to the drawing board. And if you're not going to go to any other companies, why would you buy them back? Surviving alone isn't as easy as it looks. Thanks to the so-called Hazard-Clause, Monarch has been cut off from the board's resources and protection for 10 years now. We've kept ourselves in business by trading with individual corporations, but given the off-the-books nature of those transactions, such arrangements are precarious. Yes, freedom is a tempting ideal, but a rather costly paramour. Well, Mr. Nandi here has a rather ingenious plan to get MSI restored to the board. On our terms, mind you. But will that help the people here, Mr. Sanjar? Keep them fed and safe? That's precisely what I'm trying to do. And if our advertising scheme hasn't born fruit, then perhaps it's time we took matters into our own hands. The lady knows how the Hase works. It's true. Our Celia is a alarmingly competent middle manager. At any other company, she would be wasted in data entry. The plan she refers to is a two-pronged approach. And the first part involves seeing Stellar Bay properly defended. And a mantisaur problem. And a marauder problem. Many, many problems. But they can all be solved with a Bolt 52 cartridge. If you can get us what we need to rejoin the board, starting the Bolt 52, we'll be able to become one of the most productive and secure cities in Halcyon. And you'll have a powerful ally on the board. This Bolt 52 can be quite practical. What is this? Quite one of the strongest defenses in Halcyon. An extremely powerful ordinance. You never realized fighting the bureaucracy could be this interesting. It is quite the rush. If you have the Bolt 52, what is the other part of the plan? I'll need to gather some supplemental materials, but I mustn't get ahead of myself. You do tend to do that. The Bolt 52 will be in the old arms building southwest of town, which used to be part of Stellar Bay before we had to move our walls in. And these days it's overrun with marauders and raptadons. Why do you speak so? You say what, which way? AAS, you said AAS instead AS. That's just what it's called. It's supposed to stand for something, but I forget what. Oh, and while you're at it, there should be a terminal in the arms building with some... dangerous information. Perhaps you could delete it, so it doesn't fall into the wrong hands. Oh. I'm sorry. I'm sorry. I'm sorry, I'm sorry. I'm sorry. I'm sorry. But that's terrible. What happened? I'm sorry. I'm sorry. I'm sorry. But that means we won't be able to log their testimonies. If there's one thing I've been hoping to reestablish in Stellar Bay, it's proper documentation for legal matters. It's always a shame when tempers get the better of good sense. Still, your intervention in the matter is much appreciated. Please consider this payment for your services. Sehr gut. Ich hab Grimm die Wache vom Landeplatz getroffen. I see. Ich hab Fragen zur MSI und der guten alten Zeit. Wieso wurde MSI überhaupt aus dem Vorstand geworfen? Ich hab mich oft das gleiche Frage gefragt. Besonders gesehen, dass die legalen Mechanismen, die wir verwendeten, waren Teil des eigenen Ausschlusses. Meinst du, dass ihr euren eigenen Ausschluss herbeigeführt habt? Not intentionally, though that's technically true. For many years this planet was home to as many corporations as Terra 2. But back then it was known as Terra 1. Really? I always thought they were refreshingly straightforward names. After all, the whole point of Terraforming was to make them earthlike. Here, though, the results were mixed. And as the other corporations began to tally their losses, they decided to pull out. Our leadership at the time certainly wanted to. But there were others of us who saw an opportunity. The chance to improve working hours and conditions, to reform MSI from the ground up. Reformen, Reformen sind was für Saga, Sonja. Wie progressiv von euch. ... 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 Die Klaim-Ownership des gesamten Planeten, als die andere Kooperationen rausgezogen wurden. Sie kreieren das perfekte Umgebung, um diese neuen Reformen zu erneuern. Nein, sie riefen in unseren Gesichtern. Und haben gesagt, wo sie sich die Idee hinschieben können. In einer Art von sprechen, viele von uns standen, in einem acte der quieten, aber firmes Defiance. Als der größte Senior Executive remaining, ich bin in charge von, was was left, von MSI. Muss mich auf ein paar riesige Beispiele zu haben, um das zu verabschieden. Auf der anderen Seite. Ich schreibe viele sehr wichtige Informationen auf behalf des top MSI Officials, bevor ich konnte diese Position erreichen. Ich verabschiede mit unseren Plänen Reformen, und unsere Strategie, um die Aufmerksamkeit zu erneuern. Das ist mies, sogar für die. Äh, was ist die Gefahrenklausel? Äh, was ist die Gefahrenklausel? Und das hat man auf Monarch angewandt. Ja, die Gefahrenklausel machen, um alle von MSI Kriminalen zu erneuern. Es ist ziemlich schwer, dass so ein Business in diesem Weg zu erneuern. Warum würde ich niemanden vorstellen? Die haben dich nicht mit Sammlanschuhen angefasst, ist das Wert zurückzukehren? Ich bin nicht ein Mensch, um die Gefahrenklausel vorzunehmen. Wenn die Mitglied auf der Bühne zu erneuern kann, und uns mit Möglichkeiten zu erneuern, dann ist das der Weg, die ich um zu erneuern. Druckmittel? Druckmittel? Das wird es leichter zu erklären, wenn wir den Bolt 52 haben. Meine Hoffnung ist, die Reformen hier zu erneuern. Und wer weiß, vielleicht, wenn wir sie wieder gestorben, können wir sie an andere Unternehmen verbreiten. Lass uns über etwas anderes reden. Ich muss gehen. Eieieieiei, das war jetzt ein sehr langes Gespräch. Verdammt, will ich mit dir auch noch reden?